Rosarote Wölkli hat's am Himmel, ein chli blutig an der Rände. Ein Dutzend Schaf stehen an der Beier, und das jüngste Tierli in der Hände. Der gute Hirte, er lächelt wundermild. 88 ist sie worden, 100 in diesem Bild. 18 war sie, da haben sie 10 auszogen, sie hat noch Danke gesagt, weil's kostet und sich's gehört auf jeden Fall. Dem auf dem Bild fällt einmal sicher, er hat keinen Säckchen vom Zahn. Ich hab noch nie vernohnt, dass ich's so gestalten müsste, die Zähne flicken lassen. Man heufudert zuoberst oben, gibt's ein Foto aus der Zeit. Man sieht sie lachen, sie hat ein Bubengesicht und weiss nicht viel von nichts. Ein paar Jahre später hat sie's rausgefunden, in einer Nacht. Sie hat einen guten Hirte erwartet und sich ein Knecht zum Meister gemacht. Als sie gestreikt haben in der Garnfabrik, ist die Polizei vorbei. Einen haben sie zum Teufel geschickt, der hat ja niemand geheissen. Ein Sozi-Zie, der hat sie mehr als nur gekannt. Das ist bald nicht mehr wahr. Vielleicht will er dem auf dem Bild so gelichen hat aufs Haar. rosa-rote Wülchli hat's an ihm, ein bisschen Blutig an der Erde. Es duzen Schafe stehen an der Weihre, und das jüngste Tierchen in der Hand. Der gute Hirte, er lächelt wundermild. 88 ist sie worden, unter diesem Bild. Die Winterabend zusammen, das geile Heftchen auf den Knü. Wo die Titanic versunken ist, da ist sie 25. Zwei Kriege, da hat's keine Bohne-Kaffee gegeben. Hey, ja. Der Ander, der ans Kreuz musste, hat's bestimmt nicht leichter gehabt. Und unter all dem Blunder unten, kann er manchmal leben sein. Wenn's etwas zu lachen gegeben hat, damals ist sie schnell die Vorderste gewesen. Hingegen drüber raus einmal, und ab aufs Gratwohl hin. Der, der ein Auge auf alles hat, wär halt nicht einverstanden g'si. Sechs Kinder hätte sie nicht mehr wollen, im Ganzen wären zu acht. Zuerst ist zu früh die Welt gekommen, zuletzt hat ein Quaffeur in die Torni gebracht. Das sind im Ganzen 25 mit allen Enkelkind. Mehr als auf dem schönen Helge Schafe abbildet sie. Es geht schnell und alles ist anders durch. Dann ein Kühlschrank ist in die Küche gekommen, ein guter Schülerfreund ist gestorben. Und zweimal haben sie am Radio den Namen gesagt. Und Gesundheit gewünscht dazu. Und mit dem letzten Postillon vom Gotthard ist sie zu dem im Himmel. Und mit dem letzten Postillon vom Gotthard ist sie zu dem Himmel. Rosarote Wölkli hat's am Himmel. Ein klei Blutig an der Hand. Es tut sich schafsten an der Weihre. Und das jüngste Tierli in der Hand. Der gute Hirte, er lächelt wundermild. 88 ist sie worden, 100 in diesem Bild.